Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Mirage mit dem alten Mann. Was war'n das eben? Hier guckt man die Platten von den Schlaftabletten. Das sind Druckplatten. Zwei. Die können wir da raufstellen, denk' ich mal. Haben wir noch einen? Aha. Das sind schwere Krüge, so genannte. Das heißt, oben waren noch welche. Bei den beiden... ...Freunden. Da ist noch Lot. Hier, das hab' ich gesehen. Das ist... ne Kiste. Wie kann ich die übersehen? Wache! Wache! Hier drüben ist dein Dieb! So viel zum Verstecktbleiben. Die sind ganz schön vorlaut, die Jungs. Aber jetzt ist doch sowieso egal. Basier. Der Raub der Karolinger Münze, ne? Die ist nicht mehr geheimnisvoll. Wollte ich nur mal sagen. Der ist jetzt... ...unentdeckt. Ach, das hat sogar funktioniert. Hä? Was ist das jetzt gewesen? Hä? Warum? Ich wollte eigentlich nur eine Fackel rausholen. Zurzeit nicht erreichbar. Ey. Oh, hier ist Schluss. Das ist ja perfekt gemacht mit dem Licht. Aber sowas von. Hier geht's tiefer. Ich geh mal weiter gucken. Aha. Jetzt müssen wir die ins Geheimversteck tun. Ja. Hatte ich schon gesagt, dass es Assassin's Creed Mirage ist? Und hatte ich auch schon gesagt, dass hier der alte Mann rumdödelt? Ein Friedhof. Ein Ort zum Verweilen. Jetzt nehmen wir uns mal ganz unauffällig. Oh. Was war das denn? Müsst ihr das tun? Da liegt was. Ach, das... Nee, das nix. Ich hab mich schon gefreut. Hatte schon vermutet, das Spiel meint das gut mit mir. Aber nein. Ich war heute einkaufen. Da gab's Granatäpfel. Da hab ich überlegt, ob ich mir einen kauf. War das gestern? Vorgestern? Wat? Erzähl! Ich denke, ihr wollt euch einen Witz erzählen. Wo ist denn das überhaupt? Wo müssen wir da überhaupt hin? Da hinten. Das ist ja ein ganzes Ende. Na gut, wir müssen es aber zu Ende bringen, ne? Ich hab gegen ein paar dieser blassen, langhaarigen... Ja, alles klar. Das kennen wir schon. Ja, das wäre zu schön gewesen, wenn das einmal richtig geklappt hätte, dass er nicht ins Wasser hüpft. Aber das ist ja nicht hinzukriegen. Nein. Hier hat keiner was. Ich muss doch Dinge finden. Ich bin versucht, sie zu behalten. Doch ich könnte Darwish nie hintergehen. So, jetzt haben wir die Karolinenmünze abgeschlossen. Jetzt haben wir da noch einen. Finde Alibabas Tochter. Nachforschung öffnen. Aha. Ich würde aber gern erstmal, der Dufthändler, die Dinge hier erledigen, die hier zu erledigen sind noch. Und dann gehen wir erstmal... Haben wir hier noch irgendwo... Nein, haben wir nicht, ne? Wir haben hier keinen... Es ist alles noch Alkarg. Aber es ist Karg. Da haben wir auch noch Münzen und Dolche. Suche Rivka im Bruderschaftshaus. Aha. Guck mal, hier haben wir noch sowas. Das werden wir gleich mal markieren. Das ist machbar. Da lang. Eine Gefallennünze. Ja, ich brauche eine Händlermünze. Eventuell mal. Oh. Ah, ich habe B gedrückt. Ich weiß. Ich hätte schon wieder ein Beet. Ich wollte da oben lang hüpfen. Nein. Jetzt will ich da raufhüpfen. Nein. Das ist Assassin's Creed Parcourslauf. Da macht man sowas. Ich glaube, ich muss Ihnen das mal zeigen, wie das geht. Hopp. Guck, so muss das sein. Und da muss er auch hier hoch können. Genau so. Und da einfach gerade und dann... Jetzt hüpft er wieder nicht. Ihr habt hier was zusammengebastelt. Also echt jetzt. Guten Tag. Was denn? Ich gucke mir nur das Zeug an. Eine Händlermünze. Die brauche ich aber für Truhen, glaube ich. Guck mal, jetzt kannst du. Anwesende Steuereintreifers. Oh, cool. Wo bin ich denn jetzt? Ach, das ist hier an der Seite, wo ich hin will. Hä? Hier, hier. Wie war? Da ist das. Der Mann scheint sehr beliebt gewesen zu sein. Er bedarf keines Schutzes. So, jetzt haben wir das. Und jetzt finde ich das. Ausrüstungstruhe. Und die ist... Bei geh weg. Ich gehe doch schon woanders lang. Vogel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, die sind ja immer taub. Aber sowas von. Hier sind viele Dinge. Na, komm mal her. Ich zeige es dir. Guck. Jetzt geht er wieder nicht hoch. Das macht mich schwach. Hier geht's nicht hoch. Deswegen geht er nicht hoch. Du kannst doch hier hoch. Mensch, das hab ich eben auch probiert. Guckt euch das mal an. Jetzt hängt er da. Ich komm aber auch nicht mehr runter oder so, ne? Jetzt hab ich noch unten loslassen gedrückt. Der springt hoch. Ich liebe diese logische Steuerung. Oh. Ah, warte mal. Warte! Hops. Was weg ist, ist weg. Du, dein Freund, der ist ganz alleine hier. Kümmer dich mal um ihn, der war traurig. Ihr seid morgen sowieso wieder da. Nicht so forsch, junger Padawan. Oh, 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 oh. Oh. Der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Ah, geh in die Richtung. Das ist brav. Bist du ganz allein hier mit dem Schlüssel? Soll ich dir mal was sagen? Jetzt ist das mein Schlüssel. Warum kommt keine Meldung, dass ich den Schlüssel hab? Das ist ja ein Undien. Echt eh. Der bewacht die Truhe. Peaks. Ach, da oben. Den krieg, kann ich ja auch gar nicht die Truhe looten. Wenn du da rum oxidierst. Hättest du mal nicht gebrüllt. Wie so ein Hund hat er sich eben rumgedreht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte ihn noch ordentlich betten. Oh. Aha. Ah, du gehst anders lang. Das ist gut. Wo ist die Truhe? Hier war, da. Ja, mit diesem Messer-Zurückgewinnungs-Ding hat man damit keine Sorgen mehr, ne? Guck, da ist meine Marke wieder weg. Ach, schau ich nicht. Ohne Marke ist schlecht, ne? Da ist das, was ich haben will. Da sind aber noch Gegner. Die sehe ich schon von hier. Die gehen mal wieder hoch, ne? Basim. Guck mal, hier ist auch eine Leiter, Basim. Dann brauchst du nicht so rumhampeln. Der lässt die Beine hängen. Der chillt da. Guten Tag. Die ist unter. Oh, 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 und? Macht nichts. Wollen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Von hier nicht. Von hier. Nee, sieht nicht so aus. Von hier. Da ist eine Tür. Vielleicht die, wofür wir den Schlüssel haben. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Das ist von der anderen Seite. Hm? Hier ist scheiße Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Weg Wir müssen da ja irgendwie rein können So Da ist die Tür Wo wir hin können Na gut, dann geht es auch so Mein Wurfmesser haben wir wieder Ich habe schon ein paar Mal gedrückt Das ist immer so blöd Dass er so eine Pause macht Jetzt sind wir drinnen Und zwar ganz innen Oh, hier liegt Geld Nicht viel, aber meins Jetzt Dann kann ich hier hoch Verbesserungsplan So Da haben wir schon die Hälfte So, wir gucken nochmal Hier haben wir erstmal alles Wichtige Ich mache noch diese nochmal an Ich habe mich vertan Das ist nur noch eine Ausrüstungstruhe Und da ist noch eine Truhe Die will ich noch haben So, da, wo bist du? Ah, hier Todesmutig Todesmutig Habe ich gesagt Da ist sie Die hatte ich nämlich eigentlich ursprünglich gesehen So Leder Die brauchen aber eigentlich andere Dinge Aber hier ist jetzt nichts mehr Nur noch Messer Die brauche ich aber nicht So, wollen wir mal gucken Wir sind jetzt hier Da ist eine Aufgabe Das Bruderschaftshaus Da ist eine Scherbe Ja, mir fehlen ja nicht mehr viele Wir werden die mal Wir gehen erstmal zum Bruderschaftshaus Wollen wir dann Hauf Zu dem Bruderschaftshaus Haben die eine eigene Küste hier? Das ist ja ärgerlich Kann ich mal kurz rüber? Ich muss mal Genau Guten Tag Nein, da gibt es nur Futter Das brauche ich nicht Nee Hier hat keiner was Alles arme Schlucker Scheiße Nix Oh, was haben wir denn da? Die ist hier eingesperrt, oder was? Tatsächlich Das ist ja mal interessant Wir brauchen Zahnräder Und nicht zu knapp Hier ist aber wieder alles zu Wir müssen das mal von unten angucken Also hier geht nicht viel Aber Mittlerweile sind wir ja Mann Hör doch mal auf hier So Hör auf Warum geht der so? Ich sag ihm das nicht Ein Wettzettel Ein Wettzettel Das nervt Warum schleicht der da so vorbei? Ich denke dann immer Ich hab nicht gedrückt Äh, gebückt Schon wieder Das ist so doof Hier schon wieder Hör doch mal auf Das verwirrt mich So Jetzt gucken wir uns hier erstmal um Da haben wir ein Licht Da haben wir eine Tür Hier haben wir sowas Und sowas kommt von sowas Die ist wohl eine Etage höher, ne? Da ist sie Sind hier eigentlich Poster? Ne, ne? Ne, nicht wirklich Ich suche noch so'n Poster, ne? Warum ist das braun? So, wir sind da Im Bruderschaftshaus Bei den Brüdern Guten Tag Ja, weiß ich auch nicht Da wär's auch eingegangen Okay Sieht schön aus Da müssen wir hin Basim Komm zu mir Hm, du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung Hm Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen Also, wir sind doch nicht als Feinde hier Nein Aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten Roshan sagt, dass du von hier bist Gewissermaßen Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging Hm Dieser Ort ist genau wie alle Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab Klingt wie das Al-Karchan, das ich mich erinnere Es ist nicht mehr dein El-Karch Rifka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist Noch mehr als sonst Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung Und Beschlagnahmen willkürlich Waren Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat Lasst mich raten Der Orden Es steht eine große Auktion an Die Daira Tulmal Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt Wunderbar, du begreifst schnell Fällt es dir schwer mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut Komm zu mir, wenn du soweit bist Machen wir Ich werde jetzt erstmal Keine neuen Aufträge Rifka So, hier Zu ihm wollen wir Frieden, Zadik Sei gegrüßt Vielleicht könnten deine Fähig Sieh dich um Das kann ich machen Das Hab ich Ich guck mir das jetzt nochmal an Stark verlängert Achso Er setzt sie durch eine feurige Explosion Ja, das nützt mir nix, ne? Wenn die da einfach so und so Hier wird mir jetzt wieder was fehlen Stiller Knall Heilen der Dampf Auch gut Ich bin Ja, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin Ich hab gesagt, ich bin ein böser alter Mann War's das? Ja Ich danke für eure Hilfe Auf bald Huch Kann ich mich mit ihr unterhalten? Rifka, hast du kurz Zeit? Ich habe ein paar Fragen Leg los Keine weiteren Fragen Hab Dank, Rifka Ich glaube nicht, dass das hier zu wichtig war Truhe ist voll Äh, meine Hilfsmittel sind voll Angebe Ich will nur gucken, ob hier oben noch was Schönes ist Das meinte ich nicht, aber macht ruhig weiter Lasst euch nicht stören Seid aber leise So Ich würde sagen Nächste Folge geht's weiter, ne? Bis dann Tschüss